Trink, schwelle kurzen! Seine Filme waren keine syniastischen Meisterwerke, aber Batsfenzer prügelte sich in die Herzen des Publikums. Er war ein Leinwandheld seit den 70er Jahren. Dabei kam Carlo Pellazzoli, wie Batsfenzer mit bürgerlichem Namen heißt, auf Umwegen zum Film. In den 50er Jahren war er Mitglied der italienischen Wasserball-Nationalmannschaft. Zwei Mal nahm der Schwimmer an den Olympischen Spielen in der Disziplin Freistil teil. Den Sprung ins Filmgeschäft schaffte er 1967, dank seiner korpulenten Statur. Direktor Lina spielte insgesamt in mehr als 120 Filmen. In Erinnerung bleibt er für viele Arbeit seinen Streifen mit Terence Hill. So haben wir das gern. Da ist jemand auf Krawall aus. 17 Filme drehte das Duo gemeinsam. Legendäre Spaghetti-Western wie Vier Fäuste für ein Halleluja. Oder zwei bärenstarke Typen. Doch der dreifache Vater war viel mehr als nur bärenstark. Er machte sich als Sänger, Komponist, Modedesigner, Erfinder und Autor einen Namen. Laut seinem Sohn Giuseppe soll sein letztes Wort Danke gewesen sein. Und auch wir sagen Danke.